Wir starten. Dr. Zoll, Wissenschaftler von der ESA haben mich um Hilfe gebildet. Nun, es ist selbstverständlich, dass man sich unter Kollegen hilft. Was ist das Problem der ESA? Sie haben 2003 im Dezember den Mars Express zum Rohplanigen geschickt und den Länderpiegel abgesetzt. Aber jeder Kontakt ist sofort abgebrochen. Trotz intensiver Nachforschungen konnte man sich nicht erklären, wo Bigel geblieben ist. In Vorstadtreisen machte man sich den Spaß. Er hat den Bigel gemacht. Im Oktober 2016 erreichte Troyes Gas Orbiter den Mars und setzte den Länder Chiaparelli ab. Nun, was soll ich sagen? Auch dieser Länder hat den Bigel gemacht. Bei Divisionen hat man das Ziel zu erforschen, ob es auf dem Mars Leben gibt oder gar. Nun, da beide Länder verschwunden sind, hat man sich an mich gewarnt, ob ich ihnen nicht helfen könnte. Nun, ich habe mit einer Nanotechnologie, mit einer Silvestra-Rakete jetzt eine Kamera Richtung Mars geschickt. Diesen Orbiter nenne ich der Rote Zorn. Und in wenigen Minuten werden wir gleich den Orbiter erleben. Da legen wir die Mars erreicht und wir werden sehen, wo diese beiden Länder geblieben sind. Sehen wir nun, was ab uns zukommt. Das war's. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018